Herzlich Willkommen bei Auf dem Glas, ich bin der Karl Gladeck und wir haben heute unserem WinePunk Margot Sanity einen großen Wunsch erfüllt. Wir haben einen biodynamischen Gipfel, Biodynamic Summit hier im Studio. Ich begrüße aus Rheinhessen die Bianca, die sich heute von ihrem Mann losgeheistert, Bianca und Daniel Schmidt, ein rein hessischer Biodynamiker, sage ich mal. Dann haben wir eine biodynamische Ikone aus der Pfalz, der Volker Bensinger und das Ganze natürlich mit Rheingau, die Yvette aus dem Rheingau, Yvette Wohlfahrt ist dabei. Im Rahmen der Sendung wird jeder was zu sich sagen und natürlich müssen wir so einen Riesengipfel von einem Mann aus einer Apfelregion moderieren lassen, unserem WinePunk, der aus Frittberg kommt, Marco Sanity. Hallo Marco. Tag. So, Marco, das ist heute deine Show, das ist heute dein Einsatz. Du bist am Zug und ich hoffe, ich werde heute viel über Biodynamik lernen. Ja, ich hoffe, wir werden heute alle viel lernen. Ja, die Weinwelt ist ja eine Welt voller tollen Geschichten, ganz vielen Mythen und viel dumm und Geschwätz, wenn man es mal kurz runter bricht. Das ist ja leider so. Woran es mir gelegen hat, überhaupt eine Sendung über das Thema Bio, Biodynamie, Naturwein zu machen, weil es einfach so viele Begriffe gibt, die da ineinander verwoben sind, dass es ein riesen Durcheinander ist. Also viele wissen gar nicht, von was wir sprechen. Vor allem Leute, die es auch verkaufen. Unterm Strich höre ich wieder ganz, ganz oft Geschichten, wo das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und deswegen unsere Einladung eben an euch drei, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben gebeten, dass jeder ein bisschen was von seinem Wein zum Probieren mitbringt. Und jetzt nicht lang geschnackt. Bianca, du kannst vielleicht einfach mal loslegen, was ihr für ein Betrieb seid, was das auf der Arbeit im Keller ist und vielleicht nebenbei noch zwei, drei Sätze auch über das, was wir im Glas haben. Ja, gerne. Am besten den ersten Satz über ein Glas, da können wir nämlich anfangen. Prost. Prost. Tschüss. Herzlichen Glückwun, Bianca. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, hier zu sein. Ja, über uns, beziehungsweise dann erst mal über den Wein, dass ihr dann auch weiß, was im Glas ist. Das ist unser Silvaner. Der Name, was wir gegeben haben, ist Söld. Söld heißt Grün auf Ungarisch, da ich aus Ungarn komme und auch in Ungarn als Winzerin gelernt habe. Ja, bezüglich Silvaner, Grün, das war einfach eine reine Assoziation. Deshalb haben wir auch diesen Namen ausgewählt. Bei uns, wir arbeiten gerne mit Marschestandzeit, um einfach Stabilität für den Wein zu schenken und auch Aromatik, je nach Krebssort, natürlich je nach Zeitlänge auf der Marsch zu geben. Genau, hier, das ist eben ein Wein aus dem Jahrgang 18, war vier Wochen auf der Marsch und reift in großem Holzfass. Mit Edelstahl arbeiten wir nicht. Dein Mann und du, wie lange macht ihr das jetzt schon? Wir machen das seit... Weil ihr seid ja doch beide jung. Genau, wir machen das seit acht Jahren. Wie ich in Ungarn mit meiner Technikerschule für Önologie fertig war, kam ich nach Deutschland für fünf Wochen Praktikum und landete ich im Weingutsch mit. Wo der Daniel mit 25 gerade frisch aus Australien Kauze ankam und mit seinem ersten eigenen Jahrgang loslegen wollte. Und ja, das dürfen wir mal direkt zusammen starten. Natürlich, das gehört auch dazu. Er hat auf biodynamisch umgestellt und nach einem gemeinsamen... Mein Gott vom Vater benommen, glaube ich, gell? Genau, also mein Schwiegervater hat auf Bio umgestellt, von konventionell auf. Und dann von konventionell auf hatte Daniel auf biodynamisch. Yvette, da würde ich dich jetzt gerne mal zurate ziehen. Der Unterschied zwischen biologisch und biodynamisch. Kannst du es kurz und knapp leicht verständlich für alle erklären oder soll man ausschweifen? Ich würde, dass es dir... Erzähl die Weltgeschichte in einer Minute. Ich würde einfach damit starten, dass wir im Prinzip biologisch-organisch und biologisch-dynamisch. Sie unterliegen beide der EU-Öko-Richtlinie. Das ist eigentlich so die Basis. Und bei dem biodynamischen ist es einfach noch so, da kommt nochmal die Anwendung von Präparaten zum Einsatz. Ich denke, da werden wir zum späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Und es geht auch im Prinzip, die Betrachtungsweise ist einfach eine ganzheitliche. Das heißt, die Basis ist bei beiden die gleiche, EU-Öko-Verordnung. Das wäre jetzt mal so die grobe Erklärung. So, Volker, du bist ja so ein bisschen ein Orange-Spezialist geworden. Ja, praktisch wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin eigentlich ein konventioneller Winzer, der jetzt schon seit 43 Jahren den Weinbau betreibt. Ich sage immer, ich bin jetzt über 50 und in der zweiten Hälfte meines beruflichen Lebens und habe praktisch eine Liebe daran gewonnen, Natur und Orange-Schweine zu erzeugen. Da bist du bei der Pfalz nicht mit vielen Leuten zusammen. Nein, ich bin relativ einsam in der Pfalz, aber Einsamkeit gibt es bei mir nicht. Ein Fenster ist nicht einsam. Wir erzeugen seit 2015 Orange-Schweine und hatten das große Glück, dass der erste Wein, und das ist ja ganz wichtig, der erste Wein gelungen war und wir viel gelobt wurden für diesen Wein. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Ja, und ich bin immer noch im Versuchsstadium jetzt. Ich probiere mal das aus und probiere mal das aus. Maische Gärung total, also Vergärung mit den gesamten Beerenhäuten und den Trauben ohne die Stillgerüste. Dann nur Halbvergärung mit den Trauben und Halbvergärung nur den ausgepressten Saft. Das sind wir noch in der Probe. Wir werden ja auch gleich zwei Weine davon trinken, die halb und halb sind. Und ich bin, ich liebe diese Weine. Ich liebe diese Weine und ich habe auch vorhin schon gesagt, ich bin ein Dogmatiker, ich verzichte total auf schweflige Säure, weil schweflige Säure ist ja ein Multitalent. Aber die schweflige Säure nimmt den Wein den Atem zum Wachsen. Du hast ja schön gesagt, die Weine wirken statisch. Ja, ein geschwefelter Wein ist ein bisschen statisch. Ich erwarte mal, was rauskommt. Ja, ich weiß nie, was rauskommt. Ich habe gerade eine Scheurebe vergoren und Scheurebe hat normal schwarze Johannisbeeraromen und der hat ein ganz anderes Aroma. Ja, das weiß ich nicht. Und ich teure auch nicht. Hätte ich schweflige Säure ein bisschen dazu, wäre vielleicht ein schwarze Johannisbeeraroma rausgekommen. Du gehst jetzt schon ziemlich in die Tiefe. Ich würde gerne. Ja, ich möchte noch weit an die Oberfläche. Ich fahre noch mal weitermachen, weil mich die Geschichte bis zum Ende interessieren wird. Also genau, die Zertifizierung haben wir für die META 2012 erhalten. Das war praktisch ein Monat darauf, wie ich in Florsam-Dalsam auftauchte. Das war natürlich für uns was ganz Großes, weil in der Schule damals hat man natürlich darüber was schon mal gelesen, gehört. Aber so richtig durfte ich das noch mehr erleben. Und wie ich schon erwähnte, der Daniel war 25 in der Zeit, hat auch noch nicht so viel Erfahrung damit gehabt. Daneben hat er schon mal in Australien bei einem D-Metal-Betrieb gearbeitet, was natürlich schon mal einen schönen Weg ihm gezeigt hat. Und da haben wir so richtig zusammen angefangen, damit zu experimentieren, einfach zu Verständnis zu kommen. Und diesen Weg sind wir dann zusammengegangen. Was heißt Biodynamie bei euch konkret im Weinberg? Wo ist der Unterschied zu dem, was der Papa vorher gemacht hat und was ihr jetzt fortführt? Ja, also der konkrete Unterschied ist, wie das schon mal erwähnt wurde, natürlich die Nutzung von den Präparaten. Also unser Kompost ist auch präpariert, was wir nutzen und was wir rausbringen. Natürlich, mein Schwiegervater hat auch noch damals im Bio eine ganz andere Menge von Kupfer und Schwefel im Weinberg rausgebracht. Das haben wir deutlich reduziert, ganz, ganz deutlich reduziert. Im Keller bedeutet das für uns einfach, dadurch, dass wir auch die Stilistik geändert haben, dass wir eben nur spontan die Weine vergären, auch natürlich auf Filtration. Spontan, entschuldige, wenn ich unterbreche, spontan vergären heißt, also für die, die mit Fachausdrücken jetzt noch nicht so vertraut sind, Vergärung der Trauben mit wilden Häfen, sprich die Häfen, die man entweder im Keller hat oder im Weinberg, die auf der Traube sitzen. Das ist im Prinzip die Spontangehörung. Natürlich verzichten wir auch auf Schönung, Filtration, Schwefelzugabe ist so eine Sache bei uns. Manchmal gibt es Unterschiede und kann eben einzelne Fässer etwas eventuell durch Oxidation später schiefgehen. Dafür geben wir einfach eine kleine Menge von Schwefel, was bei uns von 10 bis 15 Milligramm per Liter maximal betrachtet. Also für die, die mit den Mengen nichts anfangen können, das ist verschwindend gering. Also gerade so, um Wein zu stabilisieren. Da gibt es ja auch die wildesten Meinungen. Ich höre ganz oft auch von Kollegen, die vom Fach sind, dass Weine, die nicht geschwefelt sind, weniger haltbar sind. Und das habe ich halt schon live und in Farbe erlebt, dass Weine, die geschwefelt waren, vorher abgeschissen haben, muss man ganz deutlich auf den Punkt bringen, als Weine, die eben nicht geschwefelt waren. Also da gibt es ganz viele andere Faktoren, wie zum Beispiel Polyphenole, sprich Gerbstoffe, die für die Stabilisation von Wein erforderlich sind. Also Schwefel rückt da relativ weit in den Hintergrund einfach, ja. Ich muss jetzt meinen Job wieder, weil ich bin der Reingrätscher. Ja, ich muss auch reingrätschen, weil dein zweiter Wein ist im Glas und der Volker und ich, wir gucken schon ganz ungeduldig. Ja, Volker. Ich muss probieren. Also ich muss immer unterbrechen, damit ich zum Trinken komme, ja. Ja, sehr sympathisch. Genau. Was haben wir hier im Glas? Ja, das ist unser Erdreich, dem Jahrgang 18. Das ist ein Verschnitt aus gelber Muscatelle und Scheurebe und der wurde zum Beispiel komplett ohne Zugabe von Schwefel abgefüllt, da wir uns auch erlauben konnten, von dem pH-Wert her, man hat noch genug Säure in dem Wein, um den Wein einfach stabilisieren zu können. Also, Erdreich, ein Wein, den ich eigentlich die letzten Jahre vermehrt auf dem Schirm habe. A, ist natürlich, wir haben zwei Rebsorten, die eine schöne Aromatik haben erstmal für sich, was ich immer ganz spannend finde, gerade beim Heischofelgorenen Wein. Und der Wein hat immer eine Eleganz und eine Leichtigkeit. Das finde ich einfach extrem sexy. Ist ein Wein, den ich auch total gerne, so hier und da fungiere ich ja tatsächlich noch als Sommelier, ganz gerne auch einsetze, so im Food-Pairing, weil das mega spannend ist. Und ist so einer der schönsten seiner Art, finde ich, auf dem deutschen Weinmarkt, auf jeden Fall, ja. Steht jetzt bei mir im Keller direkt neben dem Package von Ben Singer, direkt nebendran. Gut, dass wir mal aufgerückt sind. Genau. Ja, vielleicht da gerade den Spagat, wo wir bei Orange sind. Volker, ich habe deine Weine jetzt ein paar Mal vor der Nase gehabt und bin, also das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, muss ich gestehen. Ich trinke relativ viel, so im Bereich Orange, Naturweine etc. pp., was mich sofort betört hat bei deinen Weinen, dass sie bis ins kleinste Äckchen blitzsauber waren. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn man einmal so einen reduktiven Stinker hat, aber das hat mich von Anfang an, ist es aufgefallen, auch in Proben von Orangeweinen, dass da eine so eine ganz saubere, klare Handschrift hatten. Das wird hier und da, kriege ich ja mit, auch im Social Media immer mal wieder für negativ in den Vordergrund gestellt. Die sagen, deine Weine sind zu sauber etc. pp., was ich persönlich für Bullshit halte. Aber was mich mal interessiert, du kommst ja auch aus dem konventionellen Bereich, was hat dich denn dazu gebracht? Jetzt mal gerade auch, du bist ja, du zählst ja nicht mehr zu den Hipstern, Jahrgangsmäßig. Warum? Sieht doch gut aus. 50. Nein, nein, ich bin erlaubt. Wie alt bist du? 67. Oh, 70er Jahrgang. Ich auch. Ein Post. Ich werde 67. Achso. Was hat dich denn zum Orangewein gebracht? Was war die für Anlassung? Ich mache seit 43 Jahren Weinbau und bin langsam dazu gekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben konventionelle Weine abgefüllt, konventionelle Weine ausgebaut, haben auch viel Geld damit verdient. Aber wir haben auch schon sehr früh fruchtige, frische, duftige Weine erzeugt, gekühlt, vergoren oder sowas. Aber jetzt in Anführungsteilen gesagt, ein Fluch der guten Ausbildung. Ja, Geisenheim ist da schuld dran eigentlich. Es gibt heute keine schlechten Weine mehr, sodass wir austauschfähig geworden sind mit unseren Mainstream-Weinen, die wie geschnitten Brot verkauft haben. Und es war schon immer so eine Entwicklung bei mir, dass ich dachte, ich kann, ich muss vielleicht mal auf Schwefel verzichten, ich muss auf Schönung verzichten. Alles das, was ich gelernt habe während des Studiums, ist ja im Prinzip nichts als der Eile geschuldet. Im September geerntet, im Dezember auf die Flasche. Die Natur macht es ja auch von alleine, das zum Beispiel Spontangeherung. Und die Erfahrung hat mir eben gebracht, dass ich einfach zwei Dinge beachten muss. Reife Trauben ernten und sauber arbeiten. Ja, gesunde Trauben ernten, sauber arbeiten, das ist der Aufwand bei Orange- und Naturweinen. Und dann behutsam, die Trauben so werden zu lassen, wie sie werden wollen. Ja, wie sie werden. Da kommt mal was raus, was ich vielleicht nicht erwarte, aber ich habe keine Erwartungshaltung mehr, sondern ich beobachte die einfach. Und das kann ich mir vielleicht leisten, weil ich jetzt in der zweiten Hälfte meines beruflichen Lebens bin, dass ich mal einen Wein nicht in die Flasche fülle, der mir nicht so gefällt. Du konntest mutig sein. Ja, ich konnte mutig sein. Aber wie gesagt, ich bin da reingewachsen und habe dann 2012 zum ersten Mal einen Orange aus dem Weingau getrunken und der war so toll, der war so duftig, der war so würzig, der war klar und der war auch absolut ohne schwäflige Säure. Und da habe ich gesagt, das will ich noch machen. Und dann habe ich es nachgemacht, 15. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist dann etwas geworden, haben viele Leute gesagt. Hat also Leute gegeben, denen hat es geschmeckt. Und dann habe ich gesagt, machen wir weiter. Und jetzt sind wir in der Versuchsphase. Ja, ich mache mal so, mache mal so, probiere mit Maischen, ohne Maischen, aber immer im Holzfass ausgebaut und immer, jetzt wieder das Dogma, ohne Schwefel. Thema Schwefel im biologischen, biodynamischen Bereich. Wie wird es denn bei euch gehandhabt? Also bei uns wird es so gehandhabt, was ich vielleicht mal dem Ganzen noch vorne wegsetzen kann. Im ökologischen Weinbau, wenn wir wieder bei der EU-Verordnung sind, darf im Vergleich zum konventionellen Weinbau auch nur weniger Schwefel eingesetzt werden. Das ist bei vielen Winzern auch in manchen Jahrgängen, gerade wenn man so restsüße Sachen produziert, auch manchmal so ein bisschen die Thematik oder das Problem, wenn man so einen Schwebelfresser hat. Das höre ich zumindest von Kollegen. Bei uns war es jetzt bisher noch nicht der Fall. Wir sind schon so, also wir sind jetzt momentan gerade in der Umstellung zu ökologisch. Wir sind mini klein, wir haben 0,6 Hektar. Ich probiere mich auch mit biodynamischen Präparaten aus. Auch aus dem Grund, weil es natürlich total schön ist, seine eigenen Erfahrungen, weil es ist einfach immer so ein Try-and-Error-Prinzip, die dann natürlich auch mit den Studenten zu diskutieren, weil das ist ja das, was wir auch an der Hochschule machen. Aber was sagst du, was sagt ihr jetzt zu dem, was mit dem Glas an war gerade? Das ist die Scheurebe, ne? Keine schwarze Johannisbeere. Das ist die Liberalität, die ich dem Wein gebe. Er kann sich so entwickeln, wie er will. Hat er auch gemacht. Ich warte nur drauf, dass im Rücken von mir jetzt... Du wartest auf was? Ich warte auf das, dass du was dazu sagst. Ja, ich bin, ich tasse mich so ein bisschen noch ran. Ich meine, das ist halt so, wo wir gerade bei Handschrift waren, das sieht man halt hier wieder ganz gut, finde ich. Das kann man schwer in Worte fassen. Das ist mehr eine Empfindung, die man hat. Sowohl in der Nase als auch auf der Zunge, als auch so ein gewisses Feeling, was einem die Weine vermitteln. Ich will jetzt mir dazutrauen, dass ich vielleicht alle Weine von dir blind erkennen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das rausdifferenzieren kann, so mit einem Ausschlussverfahren. Also genau wie die Bianca vorhin ja schon gesagt hat, die Weine sind lebendiger. Sie sind länger im Mund. Sie haben ein Aroma, wo vielleicht ein geschwefelter, vielleicht, will ich mal sagen, oder ein filtrierter Wein nicht ganz so weit geht, wenn er so jung ist wie der. Das ist ein 19er. Wir stellen auch fest, viele Leute, die diese Naturweine, und ein Naturwein verstehe ich ohne Zusätze, die sagen einfach, ich fühle mich gut. Sie wissen nicht, warum, aber sie sagen einfach, sie fühlen sich gut, wenn sie solche Weine trinken. Also da ist ja, glaube ich, wo oft drüber diskutiert wird. Ich habe gerade mit ein paar Sommelierkollegen, die sich nicht so ganz auf Naturweine oder auf, ich sage jetzt immer, unkonventionelle Weine einlassen wollen, einen so ein bisschen abstempeln als esoterischen Weintrinker. Und das weiß ich ja völlig von mir, weil ich habe mit Esoterik überhaupt keinen Vertrag. Kann ich bestätigen? Ja, ich auch. Nee, ist in der Tat einfach so. Also ich muss was verstehen können, ich muss was sehen können, ich muss was greifen können. Wenn das messbar ist, umso besser. Also es gibt ja so energetische Angaben bei den Amerikanern hinten auf den Etiketten zum Beispiel. Also Energie ist ja auch messbar irgendwie. Und ich finde eben genau, was du sagst, so Weine haben eine andere Energie und die ist spürbar. Also wenn man jetzt nicht als Mensch total verstumpft ist, in allen Sinnen, kriegt man das vielleicht auch als Laie noch mit, dass da einfach was anderes abgeht. Die Länge des Geschmacks, einfach wie der Wein sich im Mund anfühlt. Und ich glaube auch, und das hat auch nichts mit Esoterik zu tun, auch was der Wein einem für ein Gefühl vermittelt. Das ist wie wenn du Musik hörst. Du hörst es, es gibt Musik, da bekommst du Gänsehaut. Und es gibt Musik, da bekommst du das kalte Krausen. Und das sind halt meine, wo ich Gänsehaut bekomme. Also glaube ich, da ist eine Energie einfach in Gange, die auf dem Level abgeht, die wir vielleicht noch gar nicht so wiedergeben können. Es ist halt auch schwierig, man muss offen sein. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, also ich habe jetzt eh kennengelernt von ein paar Monaten, aber ich habe letztes Jahr einmal so gedacht, ich muss das mal einfach kennenlernen. Weil jeder redet über euren Spiodynamik, was das ist. Und dann habe ich im Internet gegoogelt, kam auf das Weingut Schmidt, habe da angerufen und gesagt, ich hätte gerne eine Kiste mit sechs verschiedenen Weinen von euch. Das war merkwürdig, ich weiß nicht, ob das viele Leute machen. Und dann habe ich zu Hause für mich eine eigene Weinprobe mit den Nachbarn gemacht. Und dann ist es halt wirklich so, dass ich in der Bewertung her von einem 5,0, was das Beste ist, bis zu einem 3,0 alles hatte. Und dass es dann wirklich Weine waren, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht trinken. Aber da waren halt auch, ich sagte ja, meine Frau trinkt diesen Pinot noch von euch und der ist für sie originell, aber die kann den FKK nicht trinken. Die kann auch nicht nippen, weil ihr das einfach irgendwie nicht passt. Und das ist halt bei dem Nature, du musst offen sein, du musst dich rantesten, du musst rankommen und wenn du das dann mal so, wie ich jetzt durch den Marco auch erzwungen, häufiger trinkst, dann kommst du eine ganz andere Liga. Dann trinkst du auf einmal die Weine auch als Laie. Ich bin ein Laie und entwickelst ein eigenes Gefühl dafür, was viel besser ist. Und dann schmenken dir vor allem mal Sachen, wo du denkst, boah. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe tatsächlich schon länger mit unkonventionellem Wein zu tun. Also die erste Vergegnung war, wie bei vielen, glaube ich, Nicolas Jolie. Das war so in meinen Anfangsjahren als Sommelier. Das ist bestimmt, ich will mal sagen, vorsichtig, 16, 18 Jahre her. Bist du schon so alt? Ja, man sieht es nicht, das ist anders wie bei dir. Da habe ich das erste Mal so ein bisschen mit so einer Art Wein zu tun gehabt. Das war natürlich erst mal ungewöhnlich. Ich glaube, das war für mich von der Empfindung, ich bringe es mal wieder in Vergleich mit Musik, wie als ich das erste Mal Frank Zappa gehört habe. Das hat mich fast ein bisschen verstört. Das macht den sympathisch, der? Er hört Frank Zappa, sympathisch. Heute höre ich Zappa fast täglich. Und je mehr ich von dieser Art Wein getrunken habe, desto weniger konnte ich zurückgehen und konventionelle Wahle trinken. Ich merke das immer mehr, Wahle, die ich früher großartig fand. Und wenn es auch, es gibt so gewisse Super-Toskana, die hat man früher, da hat man sich gefreut, wenn man das mal trinken konnte. Ich nenne da jetzt keine Namen. Das sind Wahle, die mich heute regelrecht langweilen. Weil da geht nichts ab. Das ist so eine Momentaufnahme, wo sich wenig verändert. Die hast du einmal getrunken und du hast das Gefühl, die schmecken immer so, wie sie da geschmeckt haben. Statisch. Zu welchen? Und das ist eben das Schöne, finde ich, an diesen unkonventionellen Wein, sei es jetzt Naturweine, Orangeweine. Das ist mal eine echte Herausforderung, da ein Foodpairing zu machen. Weil da hast du nämlich keine Momentaufnahme. Da hast du jeden Tag eine neue Herausforderung mit einem denselben Wein. Und das finde ich richtig spannend. Der zweite Wein von dir, den könnte ich mir zu Frank Zappa vorstellen. Ich habe jetzt ganz kurz noch zu diesem Statischen, eine kleine Anmerkung. Was wir immer wieder feststellen ist, weil viele Leute das erfragen, ja, wenn kein Schwefel dran ist, und Schwefel ist ja auch ein Desinfizienz, ein Konservierungsmittel, ja, dann halten die ja nicht lange, die Weine. Nein, weit gefehlt. Diese Weine halten länger offen. Wir hatten schon bis zu sieben Wochen eine Flasche offen gehabt. Sie konnten den Rest immer noch trinken. Weil sie sind nämlich zu Ende gereift. Ja, im Gegensatz, mit dem Schwefel halte ich die Reifung auf und dann, wenn der Schwefel oxidiert ist, geht sie weiter. Und hier sind sie zu Ende gereift. Das heißt, der Sauerstoff kann nicht mehr angreifen, was Alterung anbelangt, und somit sind sie haltbar. Wir haben heute 15er Weine noch in der Flasche, die schmecken so, wie wenn sie gestern abgefüllt worden wären. Und das ist das Fantastische. Und wie du richtig gesagt hast, morgen schmecken sie anders. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufs Gas drücken, Volker. Ich habe die zweite Flasche von dir in der Hand. Ja, die wird warm. Nein, ich will sie eigentlich nicht hergeben. Schäuble hat mir übrigens sehr gut gefallen. Ich will sie nicht hergeben, weil sie heißt Naked. Ja, nackig. Ja, weil das ist ein Mann. Und ist mir egal, ich finde die Flasche so schön. Ich finde den Begriff Naked so schön. Ja, da hat man mich beim Duschen von hinten erwischt. Gibst du mal die Flasche. So, gut eingeschenkt jetzt hier. Zwei Sätze zum Thema Orange. Warum heißen die Orange? Wenn die Kamera das hier vielleicht mal einfängt, man sieht, dass die Farbe des Weines Orange ist. Das ist hier ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Also es hat nichts damit zu tun, dass da vielleicht Orangen irgendwie mitbenifiziert werden. Da geht es rein darum, dass eben Weißweine, die mit der Schale vergoren sind, sprich manche vergoren, so eine orangene Färbung bekommen. Aber ich muss eben mal anmerken, weil du das gerade sagtest mit dem Vorurteil, dass Weine, die ohne Schwefel ausgebaut sind, weniger haltbar sind. Wir waren gerade letztes Jahr beim Patrick Mayer im Elsass. Und der hat uns aus seiner Schatzkammer, wir haben es ihm wirklich aus dem Kreuz geleiert, wir haben einen 20 Jahre alten Wein getrunken, ohne Schwefel. Und uns ist einfach nur die Kinder hat runtergeklappt. Wir sind auf diesem Hof jeder in eine andere Richtung gepilgert, weil wir einfach diesen Respekt vor diesem Wein, wir brauchten diese Minute, jeder für sich mit diesem Wein. Und es war einfach nur grandios. Was haben wir im Glas hier? Bei diesem Wein handelt es sich um einen 50% Orangewein, wenn wir Orangewein als Maische vergorenen Weißwein betrachten und 50% Naturwein. Wir haben also die Hälfte der Trauben mit den Beerenhäuten und mit dem Fruchtfleisch vergoren und haben ihn ein halbes Jahr lang auf der Maische stehen lassen. Und die andere Hälfte haben wir ausgepresst und haben sie in kleinen Eichenholzfässern natürlich spontan vergoren. Deswegen nehmen wir auch kleine Eichenholzfässer, weil wir da mit Sicherheit den biologischen Säureabau oder die malolaktische Gärung reinkriegen. Yvette, willst du vielleicht gerade noch mal für die Nicht-Profis erklären, was die malolaktische Gärung technisch heißt? Also wir haben ja in den Trauben originäre Inhaltsstoffe gibt es ja und da ist die Hauptsäuren, also die organischen Säuren sind im Endeffekt die Weinsäure, die Äpfelsäure. Und die Äpfelsäure ist eine Säure, die im Prinzip, sag ich mal, vom Geschmacksempfinden am sauersten empfunden wird, auch wenn man sie so pur probiert. Und die wandelt sich dann einfach in eine Milchsäure um. Und die Milchsäure ist eine wesentlich mildere Säure und dadurch kommt es halt zu einem sehr, zu einem cremigeren Eindruck. Und die Säure ist im Prinzip in dem Fall abgemildert. Milchsäure macht es auch haltbar. Darauf wollte ich eben hinaus, danke. Bei Essen und Trinken mit Sauerkraut ist das gleiche Vorgang, nur wird dort aus der Stärke verzuckert, der Zucker mit Milchsäurebakterien in Milchsäure umgewandelt und das Weißkraut ist haltbar. Genau, und jetzt ganz großer Trend natürlich, diese ganzen Kimchi, also dieses sauervergorenen Gemüse, basiert alles quasi auf dem gleichen Prinzip. Also die Hälfte, du hast gesagt, wir waren bei vereint, dann wird der Wein ungeschwäfelt in die Flasche gefüllt? Ungeschwäfelt, ja. Deswegen schreiben wir Juice and Skin hinten drauf, ja. Und halt Naked, Naked ist halt, ja, ein bisschen Marketing muss ja sein, Sex sells halt, Naked Wein, Raw Wein. Da haben wir gesagt, okay, gehen wir mal nach vorne. Wir waren bisher auch bei unserem Auftreten immer relativ brav gewesen. Wir haben uns nicht getraut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat sich aber auch verkauft, muss man ja auch sagen. Aber mittlerweile, andere Eingüter haben auch so tolle Etiketten, wenn ich die von der Familie Schmidt ansehe, die sind alle schön gemalt und toll und muten auch an, haben eine Wertanmutung und haben eine bestimmte Ästhetik. Und da haben wir gesagt, da wollen wir auch mal in die Richtung gehen. Bianca, jetzt hast du zwei Komplimente heute schon vom Volker gekriegt. Er hat eure Etikette gelobt, er hat vorhin was gesagt, was ich nochmal aufgreifen will, ist, er hat gesagt, ihr habt einen Mut gehabt, den er vielleicht nicht gehabt hat. Der weiß es nicht, das ist noch eine andere Zeit. Aber ihr habt schon praktisch euer Leben der Sache verschrieben. Habt ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich gewusst, was ihr tut? Nein, das spürt ihr mir. Mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet. Ja gut, aber wenn man es nicht weiß, der Mut ja noch größer. Also das war eher ein Gespür, das war ganz intuitiv. Und da wir noch jünger sind und noch jünger waren, ich glaube, je jünger man ist, desto intuitiver kann man funktionieren und einfach Träume folgen, beziehungsweise überhaupt Träume entwickeln. Und dann, wenn man einen Traum entwickelt hat, dann hat man ein Ziel. Und wenn man ein Ziel hat, dann ergibt sich der Weg. Ich denke, was ihr natürlich auch zugutekommt, ist, sie kommt aus einer Gegend Europas, wo diese Dinge wahrscheinlich schon eine größere Tradition haben bei uns. Genau, beziehungsweise auch oxidativer Ausbau. Ein ganz einfaches Beispiel, versuche ich dann auch ganz kompakt zu erklären. In der Winzer-Schule oder in der Technikerschule haben wir natürlich alte Maschinen gehabt. Und wir haben dann alles theoretisch gelernt, wie die modellsten Maschinen funktionieren. Und dann haben wir von der Oppenheimer Technikerschule mit den neuesten Geräten wieder ausgezeigt bekommen, wie quasi die neuesten Geräte funktionieren. Aber meine Schule hatte die alten Geräte. Und natürlich, das dient auch, von einerseits kann sich die Schule es nicht leisten, von andererseits habe ich aber dann auch gelernt, mal oxidativ zu arbeiten, sage ich mal so. Überleg dir mal, ich war vor 47 Jahren in Geisenheim. Wenn der Professor damals gewusst hätte, was ich heute mache, der hätte mir auf der Backe schlafen. Wenn ich damals das gesagt hätte, was ich tun will, die hätten mich exmatikuliert. Es geht aber auch bei den Lebensmitteln, gerade back to nature im Sinne von regionale, saisonale, da gibt es ja einen Grund für, warum man back to the roots geht, warum man zurück zu Ursprüngen geht. Und ich glaube, das ist in beiden leider noch nicht so ganz angekommen, aber ich sehe da eine Riesenzukunft. Und umso wichtiger finde ich, dass man zum Beispiel in so Sendungen, wie wir so machen, darüber spricht und da alle Seiten mal ein bisschen beleuchtet und sagt, was ist denn da der Pro und das Contra. Weil ich denke, über kurz oder lang wird man an so Weinen auch in der größeren Fläche nicht vorbeikommen. Und ich glaube, da muss es auch darum gehen. Es wird viel geschimpft über Lebensmittel, Einzelhandel und Discounter. Aber ich glaube, wenn so ein Produkt früher oder später auch mal da ankommt, das ist für uns, die dafür leben und dafür brennen, ein ganz wichtiger Schritt. Wir sehen es in Geisenheim auch, kann ich mal so sagen, dass das Interesse am ökologischen Weinbau doch schon stetig wächst. Wir haben ja zum Beispiel dieses Modul des Weinbaupraktikums. Das heißt, die Studenten gehen zum Semesterbeginn Ende März mit uns bis Mitte Juli in den Weinberg und bewirtschaften den nach ihrer Faison. Und von diesen sieben Projekten, die wir mittlerweile haben, sind vier ökologisch, sogar eins biodynamisch. Es wird in Zukunft an der Hochschule auch ein Modul rein für den biodynamischen Weinbau geben. Und das kommt natürlich nicht, weil wir sagen, wir machen das so, sondern weil das Interesse der Studenten und die Nachfrage da einfach stetig wächst. Ich hätte jetzt verdammt noch mal Bock drauf, deinen Wein zu trinken. Habt ihr schon alle von dem Wein im Glas? Nee, noch nicht, weil wir haben jetzt also wirklich so viel Information gekriegt. Ich habe jetzt hier heute nur Lehrer. Und die Sendung muss ich mir viermal angucken, weil wir wirklich unheimlich viel gelernt haben. Darf ich dir einschenken von deinem eigenen Wein? Sehr gerne. Und die Brücke ist eigentlich, wenn der Volker vorhin gesagt hat, Marketing, Orange, U-Tan. Ich finde es spannend, dass halt aus so einem kleinen, wir reden von 0,6 Hektar, in Anführungszeichen so einem kleinen Weingut, so viele verschiedene spannende Weine kommen. Das ist auch eher selten. Und jetzt hier mit dem Orange, finde ich, das ist ein absoluter Wein, der so bei uns zum Beispiel im Regal, im Drosselspech nicht mehr wegzudenken ist. Also die Leute stehen da drauf. Das freut mich natürlich. Also wir sind, ist auch so, wir arbeiten da schon auch immer noch so mit einer Dosis an Schwefel. Da ist es so, dass wir da aber auch jedes Jahr neu drüber diskutieren und wieder abwägen. Und jetzt zum Beispiel auch, ist einfach so, diese homöopathische Geschichte so ein bisschen im Prinzip angehen. Schmidt, phänomenale Etikette. Folge mit seinem Logo jetzt, diesen Naked Wine und auch den Orange U-Tan. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich wiederhole mich. Aber es ist halt einfach auch, man greift die Flasche lieber. Dein FKK, den habe ich aus dem Regal geholt. Ich habe gar nicht geguckt, was es ist. Ich wusste nicht mal, was es für eine Rebsorte ist. Das ist jetzt bei der auch, der Orange U-Tan. Ich war ja bei ihm auch im Laden. Und du greifst einfach rein und nimmst die Flasche raus. Und dann weißt du erst daheim, was passiert. Man kennt das schon von Lebensmitteln. Da ist es ein bisschen vertretener schon, gerade bei jüngerem Publikum, dass sie sich dafür interessieren, wo kommt das her und wie ist es erzeugt. Beim Weinen habe ich das sehr, sehr lang vermisst. Und ich sehe mich da so ein bisschen auch immer wieder in missionarischer Aufgabe, den Leuten nicht nur einfach eine Flasche Wein in die Hand zu drücken, um ein Produkt zu verkaufen, weil da könnte ich auch mit Dachziegeln handeln, sondern ich will den Leuten auch eine Idee verkaufen und auch vielleicht die Philosophie des Winzers und eine kurze Story zum Mitnehmen, dass man sich vielleicht einfach nur mal, wenn wir zu Hause sitzen und das letzte Glas trinkt, sich daran erinnert und überlegt, okay, was war da für eine Story dahinter? Und was heißt es, ein Wein zu produzieren? Wie wichtig ist es, wie er produziert ist? Und noch viel wichtiger, was schütte ich überhaupt in mich rein? Und das Bewusstsein bei den Leuten zu wecken, da sehe ich im Moment so ein bisschen Arbeit einfach noch. Und das ist ja, ich glaube, warum wir alle machen, was wir machen. Aber das wird Erfolg haben, wenn wir kurz oder lang. Ja, definitiv. Wir kommen aber jetzt einmal zu einem Punkt, wo es jeder mal so ein bisschen was sagt. Bianca, vielleicht fängst du an, weil du auch vorhin anfangen durftest. Ja, gerne. Ja, also mein Partitum, mein Eindruck ist natürlich, euch, die Inge, kenne ich schon und eure Weine. Auch mehrere Jahrgänge habe ich schon mal hintereinander verkostet und ich finde euch wahnsinnig vorbildlich. Respektiere ich auch sehr, was ihr angefangen habt und dann einfach mal im späteren Zeitpunkt gesagt habt, alles klar, wir geben mit dem klassischen Weinausbau auf und schlage meinen ganz neuen Weg ein. Und das finde ich eben wahnsinnig mutig von euch. Und ja, wie ihr das schon mal damals für mich beschrieben habt, ja, den Schmelz von der Scheu. Die Scheu hat uns nämlich wirklich gehauen, also wunderschöner Wein. Ja, Naked war für mich das erste Mal, gefällt mir sehr, sehr schön. Herzlichen Dank. Und von euch, von mir habe ich noch nie was noch nie was probiert, ab und zu mal die Flasche gesehen und ich bin wirklich sehr überrascht. Richtig, richtig prickelnde Energie. Ja. Hat der Energie, genau. Ja, hat er. Ich hoffe ja, dass der Volker mir nochmal ein Glas einschenkt. Herzlichen Dank. Ich bin ja der Lehrtrinker hier. Soft noch einen Schuttern. Ja, gerne. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, jetzt mal fernab von unserer Bewertung hier untereinander, dass die Leute, die Zuschauer vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft und das Feuer einfach dafür auch spüren, was wir für diese Art von Wein haben und mal den Weg in, welche Weinhandlung auch immer finden und den Mut haben. Einfach mal ein Zehner investieren in eine Flasche, die ihr noch nicht kennt. Mehr wie schmeckt nicht, kann nicht passieren. Also, was mir auffällt, wenn ich die Serie sehe, es ist eine Linie. Ja, es ist eine Linie insofern, dass alle Weine, sie sind lebendig, sie sind farblich auch ähnlich. Ich habe relativ lange, nachdem der Schluck schon in den Körper versenkt ist, noch einen Geschmack im Mund. Das ist mir ganz besonders bei dem Erstofffall, das war ja der erste Schluck Wein heute von der Bianca, da habe ich gedacht, Donnerwetter, da war die Flasche schon leer, da hatte ich immer noch den Geschmack im Mund. Das ist das Tolle bei diesen Weinen, dass diese Aromatik, und genau bei diesem Wein auch. Natürlich hat jeder Wein entsprechend seiner Rebsorte eine ein bisschen andere Aromatik, aber irgendwo ist da eine Linie drin. Und das hat natürlich was mit der Art der Herstellung oder Erzeugung zu tun. Und ich finde es animierend, alle Weine sind animierend. Ich habe Lust auf den zweiten Schluck, das ist ganz wichtig, ja. Hier ist die Säurestruktur ein bisschen anders, der hat wahrscheinlich kein BSA gemacht, oder? Hat kein BSA gemacht. Aber dadurch ist er aber pikant und saftig, ja. Die anderen Weine gehen dann eher in die süße Richtung. Also meine Weine sind sowieso wahrscheinlich die am wenigsten Säurebehafteten, die gehen dann in die Cremigkeit und in die Süße rein. Geschmack ist die Süße. Die Säurebe zum Beispiel, die schmeckt mir unheimlich süß, obwohl sie keinen Gramm Restsucker hat. Und die andere, das ist geschliffen, was ihr da macht. Und ich muss sagen, vielen Dank für das Kompliment, das du machst, weil ihr habt die längere Erfahrung als ich. Und ihr macht das schon länger. Und das freut mich sehr, dass ich jetzt als Ältest ein Newcomer praktisch. Und ich sehe mich halt so und immer noch in der Versuchsphase bin, sagen wir mal, da einigermaßen mitreden zu können. So, bevor wir zum Abschluss getrennt kommen, jetzt nochmal dein Fazit, da haben wir nochmal was Besonderes gleich. Also mein Fazit, was ich total spannend finde, ist, man hätte jetzt vielleicht alle Weine nebeneinander stellen können und vielleicht gar nicht mal farblich einen großen Unterschied gesehen. Aber wenn man dann die Augen zumacht und dann jedes Glas sich nochmal gedanklich so verinnerlicht, hat jeder Wein für sich einen absoluten Charakter, den er auch ausstrahlt. Und was ich so spannend bei den Weinen finde, ist, dass die sich auch im Glas immer wieder weiterentwickelt. Jetzt seht ihr, jetzt seht ihr, wie wichtig das ist, wenn man einem Winzer, der seinen Weinberg liebt, sagt, kurz und knackig. Aus einer kurz und knackig macht der Winzer ne eigene Show. Und ich hab zum Abschluss von dir nochmal hier einen Tropfen, mit dem wir uns eigentlich dann verabschieden wollen. Abschlussgetränk ist Spätburgunder Rosé aus dem Rheingau. Lage ist Rütesheimer Klosterberg, das heißt, direkt unterhalb vom Kloster Hildegardes in Aibingen, wer das kennt. Sind wir wieder bei Hildegardes von Bingen als alter Rheinhesse. Das ist halt, der Rheingauer baut immer die Brücke nach Rheinhessen, das ist so. Der Marco hat ein kleines Paket zusammengestellt, das könnt ihr mit der eingeblendeten E-Mail hier bestellen. Wir brauchen wie immer alles Likes, Abos und vor allem gerade heute bei so einer Sendung, die ein Thema hat, mit der wir einfach auch mal eine Message schicken wollen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und wir haben wirklich, glaube ich, einen guten Eindruck gewonnen. Ich sag auch Danke. Klar ist, wir haben ein Thema. Marco Zanetti hätte jetzt hier eine dreieinhalb, vier Stunden Sendung draus gemacht. Genau, wir machen zwölfteile Pause. Ja, abschließende Worte, natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank für euer Kommen hier zu uns. Der eine Weg war weiter als der andere. Die Message war wichtig. Für euch da draußen versucht man so ein bisschen euch ans Thema Orange-Weine, unkonventionelle Weine, Naturweine ranzutasten. Kauft ruhig mal, was ihr noch nicht kennt und vor allem, wenn euch was schmeckt, teilt es und sprecht darüber. Drink responsibly steht in den USA fast auf jeder Flasche, aber hier würde ich sagen, Responsibility ist insofern wichtig. Schaut, wo es herkommt, schaut, wie es gemacht ist und bewertet danach. In diesem Sinne. Prost. 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 Prost.